Und ich muss nicht brauchen, es tut mir leid, Andreas. Ja, aber du als Freund, ja und vor allem als Cineast, bitte, ja, du weißt ganz genau, wie wichtig es ist, dass man grad solchen Menschen wie dem Herrn Xandi eine Chance gibt im Leben. Du, ich bitte dich, denk doch an, denk an Bunuel, ja, denk an Antonioni, wenn die im Leben mehr Chance gehabt hätten. Also, Moment, Moment, also bitte, die Zeiten sind vorbei, aber ich denk ans Geschäft. Und für die Unterhaltungsbranche ist dein Häfenbruder vollkommen ungeeignet. Entschuldigung, bitte, um wortes Willen, wieso ist er denn ungeeignet, was hat er denn gemacht? Du ist ja aggressiv, oder was? Ich beläste dich ja die Leid, oder was? Na gut, also dann bitte, schaut er das an. Was? Na schau, ich schau, ich schau's an. Wir hätten hier nicht zusammen reingehen dürfen. Das war ein totaler Schwachsinn. Glücklicherweise, hab ich ja Axels Handy dabei. Das hat er aus der Hand gegen den Kuhl, damit wir im Notfall von Friedhof anrufen können, falls wir Hilfe brauchen. Schau dir das an. Da geht es schon seit der Vormittagsvorstellung. Zuerst reißt er die Karte ab, dann setzt er sich rein und schaut sich den Film an. Und kurz bevor der Abspann beginnt, geht er raus. Leerrad. Leer? Wenn auch. Was ist denn los? Was ist? Dominik, was ist? Die Kinder haben überhaupt kein Antiserum dabei. Achso, das ist natürlich deppig. Antiserum? Zufälligerweise habe ich es heute nicht eingesteckt. Und können Sie sich retten? Ich weiß es doch nicht. Ich schaff das nervlich nicht bis zum Ende. Was? So sehr gehen Sie da mit? Entschuldigung, ich kann jetzt nicht mitgehen. Jetzt kommt das mit der Schlange. Ich hab das nicht aus. Ich sehe schon, das ist vielleicht ein bisschen zu arg für Sie. Ich werde Ihnen etwas anderes suchen. Etwas weniger Emotionelles vielleicht. Wie wäre es mit Gärtner? Gärtner! Ja, bitte. Und ihn mitten in die Augen sehen. Boah, gleich der Hund ist saugenehm. So eine wirklich grausliche Schlange. Gärtner! 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 Gärtner!